Und damit willkommen zum zweiten Part von Pokémon Hard Gold. Wir haben im letzten Part dieses schöne Abenteuer hier gestartet. Hier im Pokémon Soul Silver mit dem Randomizer Nuzlocke. Ja, Randomizer Nuzlocke, kurz gesagt, ich darf nur jedes erste Pokémon einer neuen Route oder eines neuen Gebietes fangen. Und wenn ein Pokémon besiegt ist, ist es tot. Allerdings für uns gelten noch nicht diese Regeln, weil erstmal brauche ich Pokébälle. Und im Pokémon Supermarkt gibt es momentan keine Pokébälle. Denn erst dann kann ich hier wirklich richtig starten und dann gelten auch diese Regeln. Ja, wer nochmal alle Regeln sehen möchte, kann auch gerne in die Videobeschreibung gucken, denn da sind alle Regeln aufgelistet. Ja, und dann würde ich sagen, wollen wir mal zu Mr. Pokémon mit unserem Johannes, unser Pichu und da ist nochmal der alte Mann. Glück gehabt, nur ein bisschen später wäre es weg gewesen. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Hier in einem Pokémon von Dennis, lies Karten, äh, lies Daten aus dem Kartenmodul. Oh, das ist gut. Und nun Kartenanzeigen. Wähle das zunächst auf den Text in den Punkt Pokémon aus, über das das Kartensymbol kassieren. Eine Karte der Region anzeigen lassen, in der du dich gerade aufhältst. Wenn du deinem Pokémon immer weiter mit Medudeln erweiterst, wird er dieses Mal ein bisschen nützlicher. Nice. Also dann, vier Erfolge noch. Ich dachte, er gibt mir jetzt eine Pokébälle oder so, aber leider nicht, leider nicht. Aber er hat uns im letzten Part die Turbo-Träter gegeben. Und das war auch schon sehr, sehr nice. Gut, dann wollen wir hier auf die nächste Route und dann können wir schon mal gucken, was es hier für Pokémon gibt. Ein Ampharos, auch ein Elektro-Pokémon. Ja, mit Johannes kann ich jetzt hier relativ schlecht was anfangen. Ich könnte allerdings trotzdem mal gucken, mal gucken. Es greift wahrscheinlich speziell an, also Scham bringt nichts. Ich guck mal, wie viel der Donnerschock abzieht. Leider sehr, sehr wenig. Setzt auch Donnerschock ein. Zieht mir nur ein KP, na, drei KP sogar. So, ein bisschen mehr, dann flüchte ich lieber. Dann flüchte ich lieber. So, da ist ein Item. Ein Trank. Aber wann kriecht denn endlich Pokébälle? Ich will die Challenge endlich mal starten. Gut, dann nächstes wird das Pokémon. Ist wieder ein Ampharos. Ja gut, da flüchte ich dir. So ein paar Wasser-Pokémon oder so wäre nicht schlecht. Dass wir mal mit Donnerschock hier mal ein bisschen was machen können. Bist du ein Trainer? Nein, ist er nicht. Ist er nicht. Ah, da wird wohl Mr. Pokémon wohnen, denke ich mal. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ist das Mr. Pokémon? Die meisten meiner Besucher verwechseln mich immer mit Mr. Pokémon, aber du bist extra für mich hierherkommen, oder? Ist wirklich sehr liefern, na gut. Hier hast du ein paar Aprikokos. Die Aprikokobäume tragen einmal pro Tag Fucht und können deshalb auch täglich abgehandelt werden. Ich habe sogar einen vor meinem Haus. Aprikokos sind eine tolle Sachen, sie funktionieren als Grundbaustab für Pokébälle und lassen sich für jede Menge andere Dinge nützen. Sie können dir ein sehr nützlich werden. Der Besuch freut mich so sehr, dass ich dir das hier schenken möchte. Eine Aprikokobox. Ah, jetzt kann ich die auch endlich abernten. Ja gut, und da können wir halt die mit herumtragen. Aber ich dachte, das wäre Mr. Pokémon. Pokémon, genau. Aber leider nicht. Dann gehen wir weiter. Nächstes Pokémon hier auf dieser Route. Es ist so ein belassenes Video, noch nichts fangen können. Und wieder ein Ampharos. Mensch. Damit kann ich auch jetzt ein wenig anfangen. Ich muss meinen Pichu schon mal trainieren. Ich glaube, der Start wird hier in diesem Let's Play richtig, richtig schwierig. Oh, ein Tobutz. Ein Tobutz. Tobutz, ist das auch ein Legi oder ein mystisches Pokémon? Ich glaube, es ist auch ein Legi. Ja doch, auf jeden Fall. Haben wir schon das zweite Legi. Wir hatten schon die Alga im letzten Part. Wie viel zieht Konfusion ab? Zu viel. Zu viel. Äh, flüchtig. Ein Gegengift. Ja, Mann. Was ist denn da hinten los? Bist du ein Trainer? Ein Glück nicht. Sonst wäre ich jetzt am... Äh, wäre ich jetzt am dran gewesen. Was ist hier los? Ach, die kämpfen. Na toll. Ja, und deshalb kann man da nicht vorbei. Kann man nicht woanders kämpfen? Das Haus von Mr. Pokémon. Immer geradeaus. Sehr, sehr schön. Immer geradeaus. Dann gehen wir mal geradeaus. Wieder ein Ampharos. Warum kommen nur undankbare Pokémon hier dran? Halten wir schon mal ein zweites Pokémon? Könnten wir... Zum Beispiel... Irgendein Boden Pokémon. Können wir das ganz gut hier trainieren. Aber... Mit Johannes alleine wird das hier nichts. Gut. Dann sind wir jetzt bei Mr. Pokémon endlich angekommen. Da ist er. Hallo da. Du musst denn es sein? Ich bin derjenige, der Professor Lint vorhin diese E-Mail geschickt hat. Das ist das Objekt, das Professor Lint für mich untersuchen soll. Rätsel-Ei. Aha. Du setzt von diesem Ei. Ein Freund aus Tic-City hat es mir anvertraut. Joto hast du es... Hast du so etwas bestimmt noch nicht gesehen? Ich dachte, Professor Lint könnte mir vielleicht erklären, was in aller Welt es damit auf sich hat. Wie der Pokémon Entwicklung ist Punkt Wasser Lint Nummer 1. Das sagt selbst der berühmte Professor Eich. Du gehst jetzt wieder zu Professor Lint zurück. Habe ich nicht recht? Sonst ist dein Pokémon aber vorher eine kurze Pause gehen. Danke. 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 Dann bin ich ja froh, dass ich nicht extra zurückgegangen bin. Und da ist Professor Eich. Aha. Du bist also Dennis. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin vom Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund, Mr. Pokémon. Ich hörte, du erlebst etwas für Professor Lint. Also habe ich gewartet. Oh, was haben wir denn da? Das ist ein ziemlich seltenes Pokémon, dass du da spazieren führst. Äh, Professor Eich. Eigentlich ist Pichu nicht ganz so selten. Wie du denkst. Ich verstehe, du. Hilfst Professor Lint also bei seiner Forschung. Hm. Ich glaube, ich verstehe, warum es dir dieses Pokémon anvertraut hat. Du siehst wie jemand aus, der sich sehr um seine Pokémon kümmert. In Ordnung. Du scheinst so verlässig zu sein. Möchtest du mir auch etwas helfen? Sieh mal her. Das ist ein neues Modell des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Und legt selbstständig neue Einträge für sie an. Es ist eine Art Hightech-Lexikon. Hier. Ich möchte, dass du ihn nimmst. Danke. Der war auch schon mal wichtig. An den habe ich gar nicht mehr dran gedacht, um ehrlich zu sein. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollstände diesen Pokédex. Oh. Es ist schon wieder so spät. Ich muss jetzt nach Ducati City und meine Radiosendung aufzeichnen. Ich glaube zwar, wir laufen uns ohnehin noch einmal irgendwo über den Weg. Aber lass uns zur Sicherheit Kontaktdaten austauschen. Jo. Dann haben wir auch seine Nummer. Tschüss. Aber Pokébelle haben wir immer noch nicht. Aber vielleicht können wir jetzt eine Pokébelle endlich mal kaufen. Das wäre doch sehr schön. Professor Lindt ruft an. Äh, Dennis? Es ist schrecklich. Ähm, wie soll ich das erklären? Ich weiß selbst nicht, wie. Jedenfalls ist es ganz schrecklich. Bitte komm schnell zurück. Alles klar. Alles klar. Okay. Dann kommen wir ganz schnell mal zurück. Ähm. Dann. Ja. Gucken wir mal noch, ob wir vielleicht ein paar Gute... Oh. Ein Hydropi. Das können wir auf jeden Fall jetzt schnell mal besiegen. Da sind wir auf jeden Fall im Typ Vorteil. Und das wäre 1A, wenn wir das dann antreffen, wenn wir Pokébelle hier haben. Das wäre 1A. So, Tackle kannst du versuchen. Oh, das zieht ganz schön viel sogar ab. Ja. Alles müsste erstmal mal wenigstens Level 6 oder so werden. Das wäre schon ganz gut. Oh, Tackle geht daneben. Ein Glück. Das erspart mir ein paar KP. Und da haben wir es besiegt. Sehr, sehr schön. 37 EP. Ja. Da haben wir schon mal die Hälfte der EP-Leiste voll. Da kommt direkt das nächste Pokémon. Übrigens mit den ganzen Texten und so alle. Das ist ab dem nächsten Part ungefähr vorbei. Der Anfang vom Pokémon ist sowieso immer textlästig. Aber ich muss sagen, hier in diesem Spiel ist es nicht ganz so schlimm wie in anderen Generationen. Es gibt andere Generationen, da ist es wirklich um einiges schlimmer. Gut. Dann sind wir da jetzt mal ein bisschen lang gelaufen. Gehen wir hier mal ein bisschen lang. Somit können wir das hohe Gras mal ein bisschen auslassen. Ich gucke kurz nochmal, ob es nun endlich hier Pokébälle gibt. Das wäre nämlich sehr schön. Aber leider immer noch nicht. Das ist doch nicht wahr. Also ich weiß noch, dass es in Pokémon Perl, als wir die Neslac gemacht haben, Pokébälle gab im Pokémon Supermarkt. Also als man das erstmal dort hingehen konnte, meine ich damit. Naja, gut. Vielleicht müssen wir erstmal zu Professor Lind und dann kriegen wir die Möglichkeit. Es kommt ja bestimmt noch dieses Pokémon Fang Tutorial, was es eigentlich immer gibt. Daher mal abwarten. Oh, was ist jetzt so? Ach, du schon wieder. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Das ist für eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Wenn ich damit sagen will, fragst du, soll ich, muss ich, muss ich den Lauf wehren. Dann erkläre ich es dir eben ganz genau. Ein Pokémon hier ist auch nicht übel. Wenn es erstmal mit dir fertig ist, bleiben keine Fragen mehr offen. Ein Pokémon Kampf. Gut, dass ich jetzt Johannes geheilt habe. Aber jetzt ist halt die Frage, was kommt da für ein Pokémon dran? Ich habe doch nur Johannes. Oh, ein Flug-Pokémon. Danke. Das ist genau richtig. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich setze trotzdem erstmal Scham ein, damit die Verteidigung stark sinkt. Ich glaube, bei Scham war es wirklich stark. Ja, das ist für den Anfang eine extrem schöne Attacke auch. Ja, mit Johannes sind wir sehr gut dran. So, Fett ist weg. Ah, es dauert sogar ein bisschen länger. Aber es hat halt keine Chance. Ach, ist sogar jetzt so paralysiert. Umso besser. Hätte, wäre jetzt hier auch ein Legi gekommen. Vielleicht ein Boden-Legi noch schlimmer. Ey, dann wären wir so richtig down gewesen. Aber ein, es ist ja, die Legen gelten ja noch nicht. Weil wir ja noch keine Pokémon fangen können. Also, wenn wir hier besiegt wären, das wäre nicht so schlimm. Aber wir haben alles unter Kontrolle. Und das Porenta ist weg. Und das war unser erster Trainerkampf. Nice. Level 6 für Johannes. Ja, das sind einige EP. Sehr, sehr schön. Willst du wissen, wer ich bin? Ich werde es dir sagen. Ich bin derjenige, den die Leute schon bald den größten Punkten und Trainer aller Zeiten nennen werden. Okay. Gib mir das. Das ist der Trainerpost, den ich verloren habe. Ergört mir. Jetzt hast du meinen Namen gesehen, oder? Äh, nee. Habe ich eigentlich nicht. Aber okay. Äh, dann gehen wir mal eben zurück. Ja, ähm. Hier, Dings brauche ich jetzt nicht heilen. Johannes. Und dann laufen wir mal eben zurück. Das geht ja relativ schnell, wenn man merkt. Äh. Ja, schnell hoch. Ja, wunderbar. Und dann sind wir wieder in Neuburg. Ja, unserer Heimatstadt. Gehen wir mal direkt zu Professor Lett. Ah, die Polizei ist auch da. Was willst du denn hier? Ich stecke gerade mitten in den Ermittlungen zu einem Pokémon-Diebstahl. Die erste Regel, die ich, äh, in einem solchen Fall zu beachten gilt, lautet. Der Täter kehrt immer an den Tortor zurück. Wer weiß vielleicht bis zu einem Ende sogar, der Täter... Nein. Hey, Moment mal. Dieser Junge ist unschuldig. Ich habe nämlich einen Jungen mit feuerroten Haaren dabei beobachtet, wie er hier herumgeschnüffelt hat. Du sagtest, du hast dir mit diesem Jungen einen Kampf geliefert. Das dauert jetzt alles darauf hin, dass er der wahre Täter ist. Du kennst auch den Namen dieses Jungen? Oh, das war doch so klar. Ich habe keine Ahnung, wie ich den nennen soll. Schöne Grüße geht an Nam raus. Ich hoffe, du freust dich, dass du jetzt hier als Rivale verewigt wirst. Irgendwann hatte ich schon mal Retro genommen. Ich glaube, sogar damals im Hardgold-Let's Play. Und jetzt ist hier Nam verewigt. Öfters mit den Streams dabei. Und in manchen Videos auch so wahre Cut-Videos. Daher, ja. Vielen Dank für die Unterstützung. Der deutet mein Auftrag von nun an, den Jungen mit den roten Haaren aufzuspüren. Auf geht's. Puh, ein Glück, dass wir den Verdacht von dir abwenden konnten. Nicht mal, Dennis? Oh, oh, dann bis später mal. Oh, Dennis. Hier war ganz schön was los, sage ich dir. Aber warum erzählst du nicht, was es mit Mr. Punktmanns großen Futter auf sich hatte? So, wir übergeben ihm das Rätsel-Ei. Gut, dann wollen wir mal sehen. Das sieht mir ganz neu im Ei aus. Ja, natürlich recht. Diese Art Ei sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Aber außer Mr. Punktmann gibt es heutzutage niemanden mehr, den ein neues Ei noch aus den Socken und so haut. Es gibt immer dieselbe Leier mit ihm. Aber jetzt, wo wir das Ei schon mal hier haben, wollen wir doch mal sehen, welche Geheimnisse es birgt. Na, dann also los. Ich werde eine Weile lang hier behalten und genau untersuchen. Was? Professor Eich hat dir ein Pokédex gegeben? Ist das echt wahr, Dennis? Das ist ja unglaublich. Aber es ist das einzigartige Talent, das eure Potenzial eines Trainers erkennen zu können. Und man wendet erst gedacht. Mir war zwar auch klar, dass du es nicht irgendwie einfach irgendein Trainer bist, aber es macht die Sache nochmal ein ganzes Stück interessanter. Das Pokémon, das ich dir gegeben habe, scheint dich auch schon richtig lieb gewonnen zu haben. In Ordnung, was hältst du davon, wenn du dich mal in verschiedenen Pokémon-Arenen dieser Regeln versuchst? Ah, und wenn du dir die Arena erkämpft hast, wartet die Pokémon-Liga und der Titel des Champs auf dich. Da wäre nichts übermütig. Es bis zum Champs zu bringen, ist alles andere als leicht. Für das erste solltest du dich in der Nähe, in der Arena von Viola City, hier in der Nähe, versuchen. Mit deinem Niveau solltest du dort bereits einiges erreichen können. Das werden wir machen. Und Dennis, wenn es wirklich darauf anlegst, alle auch in dieser Region zu besuchen, solltest du besser auf eine lange Reise gefasst waren. Bevor du aufbrichst, solltest du mit deiner Mutter sprechen. Ja, ich rede mit meiner Mama. Ja, Opa. Äh. Dann schnell mal rüber. Hm, so sollte ich mich jetzt auf ein Abenteuer gehen? Du hast natürlich meine volle Unterstützung. Lass mich mal kurz überlegen, was ich für dich tun kann. Aber ja, ich könnte jedes Mal, wenn du Geld verdienst, einen kleinen Teil davon an mich nehmen und für dich sparen. Du hast eine lange Reise vor dir. Da achtest du besser auf deine Finanzen. Na, was hältst du von meinem Sparplan? Hast du einfach schon? Mein Wegen. Okay, kannst du auf mich sehen. Aber pass gut auf dich auf, ja? Du und deine Pokémon, ihr seid dein Team. Wenn ihr zusammenhaltet, könnt ihr Bälle versetzen. Also dann, schöne Reise. Ja, ich gebe da jetzt natürlich kein Geld ab, weil ich brauche das Geld für Pokéwelle. Sobald ich endlich Pokéwelle kaufen kann. Aber ich würde mal damit schätzen, dass wir jetzt so mal zum Fang-Tutorial kommen. Und das sieht danach aus. Ja, da bist du ja. Dennis, mit dem Pokéwelle kann man wilde Pokémon einfangen. Komm doch mal eben mit. Ja, ich weiß. Aber da müssen wir jetzt mal durch. Danach können wir endlich unser zweites Teammitglied fangen. Endlich. Ich bin sehr gehypt und ich freue mich schon. Und bin wirklich gespannt, was das für ein Pokémon sein wird. So, ungefähr funktioniert das. Wie, du kannst es nicht genau sehen, wie es passiert? Dann führe ich das dir eben noch einmal vor. Komm mal hier eben rüber. Muss das sein? Ja, natürlich, dieser kam es jetzt noch nicht. Weil da fangen wir ja nicht wirklich an Pokémon Ranzfahrt zu erscheinen. Ist das jetzt ein Randomized Pokémon hier oder nicht? Das habe ich keine Ahnung. Ja, man muss erstmal das gegnerische Pokémon schwächen. Am besten in den roten Bereich bringen. Und noch besser ist Paralyse oder Schlaf. Daher, wenn ich auch mal ein Pokémon habe mit Gena oder mit Hypnose oder so, wäre das schon sehr gut. Ja, und sobald es möglichst weit geschwächt ist, dann natürlich den Pokéwelle einsetzen. Hat natürlich nicht immer, also man hat nicht immer die Chance, das Pokémon direkt zu bekommen. Aber, ja. Hier in dem Fall hat es jetzt so funktioniert. Mal gucken, wie es gleich bei uns sein wird. Und ich könnte mir sowas schon vorstellen, dass wir so in diesem Part schon auf die nächste Route gehen. Und da das nächste Pokémon fangen. Mal gucken. So ungefähr funktioniert das. Wenn du dein Gegner vorher noch mehr schweißt oder in den Schlaf versetzt, wird es noch leichter hinzufangen. Und sonst experimentierst du einfach selber ein bisschen hier rum. Ja, das ist wirklich... Die Pokémon-Bälle haben wir nun erhalten. Und das heißt, unsere Challenge startet jetzt. Man sieht sich. Und somit können wir nun auch eigene Pokémon fangen. Und ich bin mal gespannt, was es für ein Pokémon sein wird. Ich bin mal kurz... Mal kurz gucken. Ah, 3 KP fehlen. Schaffe ich es hier kurz noch rüber? Nein, schaffe ich nicht. Wir treffen das erste richtige Wille-Pokémon an. Und es ist ein Schanera. Aber das ist interessant. Okay, ich setze erstmal Scham ein. Ich möchte den Angriff dieses Schaneras erstmal senken. Und Schanera hat viele KP. Also ich... Ja, das könnte schon nice werden. Mal gucken. Mal gucken. So, ich mach... Donnerschock? Oder... Ich... Wie viele Pokémon-Bälle haben wir denn? 5 Stück? Nur. Das ist natürlich... Das ändert die Dinge nochmal. Ich weiß halt nicht... Wird Donnerschock... Es killen? Wenn... Ich... Ich probier's einmal. Okay. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Funt. Gut, das wird... Es war ein Feuterer. Vielleicht wird es auch noch paralysiert. Das war sehr, sehr schön. Okay, ich werde es jetzt schon versuchen zu fangen. Ich traue mich nicht, nochmal anzugreifen. Nochmal Pokéball? Nicht einmal gewackelt. Okay, ich setze nochmal Donnerschock ein. Es sollte über... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich setze nochmal Schammer ein, um nochmal den Angriff ordentlich zu senken. Ich... Hat Peach schon Statik? Ich will mal kurz mal gucken, ob Peach schon Statik hat. Wenn ja, könnte ich ja auch ein bisschen auf Statik hoffen. Ja, hat es. Also meinetwegen nochmal Scham. Dann dauert das jetzt ein bisschen länger. Ich möchte die Schanera haben. Yeah! Sehr gut. Das war mein Plan. So. Zweiter Pokéball. Komm, komm, komm! Ja, der Spezialangriff wird von mir nicht gesenkt. Das ist das Problem. Jetzt werde ich meine Pokéball aufbrauchen. Komm! Es ist im roten Bereich unparalysiert. Mein Angriff kann ich weiter gesenkt werden. Nur zwei Pokébälle. Ist das euer Ernst? Mein letzter Pokéball. Ich habe nichts weiter mehr. Es ist... Ah! Hoffnungslos. Ich habe kein Pokéball mehr. Mist! Ah! Oh, Mann! Ist das unfair? Schanera hätten wir so gut gebrauchen können. Ja, Level 47. Ja, anders wenigstens. Aber dennoch... Ah, das ärgert mich. Das ärgert mich so sehr. Ich dachte, sie gibt uns wenigstens 10 Pokéball oder so. Aber nein. Ah gut, wir hätten eh nichts anderes. Gut. Ja, doch, wir hätten... Achso, ich wollte Pokémon heilen. Wir hätten vollendermaßen vorgehen können. Wir hätten natürlich direkt in den roten Bereich gehen können und direkt auf Statik hoffen können. Das wäre, ja, drinnen gewesen. Aber sonst... Konnten wir da jetzt relativ schlecht was machen. Es ist ärgerlich. Es ist richtig tolle ärgerlich. Aber... Ist halt so. Ist halt so. Die Eiger. Hau ab. Hau ab. Ne, die Eiger. Ne, ne, ne. Da, da. Fürchte ich direkt. Ich habe Angst vor die Eiger. So, dann wollen wir jetzt erstmal wieder weitergehen. Wo muss ich denn lang eigentlich? Schon mal nicht hier. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Nach dieser einen Stadt, äh... Die uns gesagt wurde. Richtig, richtig. Ja, jetzt kommen natürlich hier hoffenweise wilde Pokémon. Ich kann natürlich wenigstens Johannes weiter trainieren. Das ist schon mal das Gute. Ich nutze jede Möglichkeit, um Pokémon zu trainieren. Ah, Statik ist doch schon mal ganz gut. Ja. Ah, es ist so ärgerlich. Ja, Heuler kannst du gerne machen. Wir hatten es ja auch beinahe bekommen. Es war wirklich sehr knapp. So, wir haben 3.000 Poké-Dollar momentan, glaube ich. Da könnte ich mir... Ich glaube, so 10 Poké-Bille. Ich glaube, ein Poké-Bille kostet 300 Poké-Dollar. Das heißt, 10 Stück kann ich mir kaufen. Ja, also wäre dann schon mal besser ausgerüstet für das nächste Pokémon. Nur, wer sagt nun, dass das nächste Pokémon ein gutes Pokémon sein wird? Das wissen wir ja noch nicht. Das wissen wir ja noch nicht. So, eigentlich hätte ich schon längst außerhalb des Hohen Gras hingehen können. Aber, gut. Dann bekämpfen wir noch dieses Krabi. Und... ...kriegen hier noch mal ein paar EP für... ...Johannes. Ich weiß gar nicht... Welche Pokémon... Ach, nee. Ist ja sowieso drin. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, welche Pokémon in... ...der ersten Pokémon-Liga aufkreuzen. Also, welcher Typ. Aber es macht doch eh nichts hier zur Sache. Ist doch eh alles zufällig. Ich weiß nicht, also gut. Ah, ja. So... Das war doch schon mal ganz gut. Nochmal. Und dann... ...söchten jetzt... ...Äh... ...Pokébälle verfügbar sein. Aber wir werden... ...noch nicht in diesem Part auf die nächste Route gehen, um... ...Pokémon zu fangen. Das machen wir erst nämlich im nächsten Part. Wir hatten in diesem Part eine Chance. Was ich jetzt noch mal... ...ist einerseits die Pokébälle kaufen... ...und andererseits... ...möchte ich noch auf die Karte gucken. Weil ich will einfach mal wissen... ...wo sind wir hier überhaupt? Wie sieht die Karte überhaupt aus? Wo kann ich lang gehen? Und so weiter und so fort. Ach, warte. Hier, du da warst vorhin nicht da, richtig? Heilball gibt's. Aber 300? Okay. Vielleicht kostet der normale Pokébälle... ...nicht 300, sondern... ...weniger. Das wäre sehr schön. 200 nur. Wir haben so 3.500 Pokébälle. Dann werde ich mir 15 Pokébälle erstmal kaufen. Zack. Ich krieg noch ein Premier Ball dazu. Das ist natürlich nice. Und... Wie viele Tränke haben wir? Wird das mir angezeigt? Im Besitz 7. Okay, okay. Dann beide ich die anderen 500 erstmal. Yeah. Okay. Dann Pokécom war die Karte drin. Verzeichnet richtig. Das ist die Karte, genau. Wir sind hier gestartet in Neuburg. Und da ist die Route 46 Richtung Dunkelhöhle. Aber da können wir glaube ich noch nicht lang. Wir müssen dann Richtung nach Norden, durch die Dunkelhöhle, ab nach Viola City. Das ist unser Weg. Und da gehen wir dann Route 30 entlang. Und Route 31. Aber warte, wir haben hier auch Route 46. Da könnten wir eigentlich auch noch auf den Pokémon treffen. Das machen wir jetzt noch schnell. Das machen wir jetzt noch schnell. Route 46 machen wir noch. Da müssen wir jetzt nur hier lang laufen. Und offskin werde ich halt wieder zur Stadt laufen. Äh. Ja, damit das dann da schneller geht. Wo waren das jetzt? Wo waren das jetzt? Ich gehe jetzt kurz erstmal hier oben lang. Da war es hier oben sogar. Das war glaube ich hier oben sogar. Ja, jetzt treffe ich hier nochmal auf wilde Pokémon. Das ist aber nicht so schlimm. Wieder die Eiger. Hey, ne. Die Eiger im Team zu haben, wäre auch nicht schlecht. Ist ja an sich erlaubt. Also ich habe mir keine Regel gemacht, dass legendäre Pokémon verboten sind. Und irgendwie geht es hier nicht lang, glaube ich. Äh. Später gibt es noch schönen Schutz. Aber Schutz habe ich natürlich jetzt noch nicht. Und natürlich noch nicht mal das Geld dafür. Also würde es schon Schutz im Angebot geben. Ah, ist das nervig. Ein Spoink. Aber ich werde jetzt hier auch flüchten, weil ich möchte zu diesem Weg. Und ich möchte nochmal gucken, ob wir vielleicht da ein Pokémon antreffen können. Warum treffen wir jetzt so oft so viele Pokémon, ey? Sonst konnten wir doch hier schön immer durchlaufen. Das ist ja gerade sehr, sehr schlimm. Alle zwei Meter ein Pokémon. So, danke. Ah, ich will hier raus. Ich bin nämlich falsch runtergeprungen. Ein Flumkiefer. Aber, Flumkiefer wäre auch nicht lustig gewesen. Flumkiefer kann auch ganz nice sein. So, jetzt bin ich hier raus. Und hier geht es doch irgendwo hoch, oder? Nee. Bin ich aber komplett lust. Jetzt bin ich aber sowas von lust. Ein Schillast. Boah, das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen, hätten wir ein Schillast bekommen. Boah, das hätte ich so richtig abgefeiert. Okay, Kabi kann ich schnell besiegen. Und dann mache ich nach diesem Kampf mal einen Cut. Und dann sehen wir uns an der Stelle wieder, wo es diese andere Route gibt. Sehen wir mal, das macht mehr Sinn. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, wie man da zur Route kommt. Also von daher, brauche ich das ja jetzt nicht hier mit euch hier machen. Nehms, Nehmsula ist eine gute Strategie. Allerdings bringt ihm das nichts mehr, weil er sowieso schon im roten Bereich ist. So, nochmal 49 EP. Das reicht für Level 8. Das ist doch schon mal ganz gut. Sehr schön. So, da sind wir. Da sind wir. Okay, dann gehen wir schnell hier durch. Und dann bin ich mal gespannt, was wir hier für ein Pokémon haben. Obwohl, sollen wir das wirklich noch machen? Weil ich habe ja nur 15 Pokébälle. Ah, doch, machen wir trotzdem. Dann was wird hier für ein Pokémon auf uns warten? Oh, ein Skogro. Das ist nice. Jetzt dürfen wir es natürlich nicht direkt besiegen. Ich setze erst mal Charme ein. Ah, okay. Verlust von Angriff wird verhindert. Gift Heap. Das ist stark. Okay, ich setze. Ach, es ist ja auch Boden. Boah, ich kann es ja nicht mal schwächen. Ich kann es ja nicht mal schwächen. Das ist natürlich heftig. Ich probiere einfach mal einen Pokéball. Vielleicht habe ich Glück. Ich probiere vier Pokébälle. Und danach flüchte ich. Ist natürlich belastend, dass ich jetzt hier es nicht schwächen kann. Weil Elektroattacken nix wirken. Ich dachte, es wäre Gesteinflug oder so. Dachte ich zuerst. Ah, Mann. Es freut mich hier. Es ist paralysiert. Das ist gut, das ist gut. Danke, Statik. Danke, danke, danke. Vielleicht wird es den Premierball haben. Nee, will er nicht. Will er nicht. Das ist bei Nummer drei, glaube ich, jetzt gewesen. Jetzt setzt er hart. Nein, das kannst du ruhig machen. Das Gokko wäre aber schon ganz nice. Wohnen und Flug drin zu haben. Da nutze ich jetzt ein paar mehr Pokéball, glaube ich. Oh, nee. Das ist doch nicht wahr. Yes. Yes. Ah. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ein Eintrag wird... Ich kann nicht mehr sprechen. Ich muss den Part beenden. Ah. Ein Spitzennamen. Jetzt muss ich mir noch einen Spitzennamen einfallen lassen. So. Ich habe mich für Böni entschieden. Böni, auch ein sehr aktiver Zuschauer. Und ja, damit Böni willkommen. Im Team. Sehr, sehr nice. Wir gucken kurz noch auf unsere Pokémon. Das machen wir jetzt sehr schnell noch. Die Berichte mal kurz angucken. Bei... Johannes wissen wir ja schon. Äh. Ist vom Wesen pfiffig. Können wir auch die... Äh. Anfutter. Es wird, glaube ich, die Verteidigung gepusht. Und der Spezialangriff wird gesenkt. Glaube ich zumindest. Rot müsste pushen sein. Und blau Senkung. Ja, gut. Ja, kann nützlich sein. Und dann hier... Ach, da gibt es nichts. Äh. An Pushung oder... Ähm. Ja. Reduzierung. Share macht verhindert Angriff Reduzierung. Das ist auch ganz nice. Und an Attacken hat es Gift-Heap, Sandwürbel, Härtener und Abschlag. Schöne Attacken. Noch keine Bohnen... Äh. Das sind trotzdem insgesamt schon mal nice Attacken. Gerade Gift-Heap. Sehr schön. Im nächsten Part geht es dann weiter in dieser rosa Aufwärtsstadt. Rosalia? Ne. Ach, wie auch immer. Da geht es dann im nächsten Part weiter. Mit vielleicht einem dritten Teammitglied. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017